Und da habe ich mich relativ spontan dann entschieden, bei dir das Mentoring zu machen und bereuen werde ich das Ganze. Oder habe ich bis jetzt noch nicht und ich werde es auch nie bereuen, weil es einfach der beste Schritt ever war. Warum ich mich auch entschieden habe, war, die Augen lügen nicht. Diesen Spruch gibt es und das ist ja Tatsache. Du kannst das wirklich punktuell sagen, wo das sitzt. Und ich wollte das einfach tun. Ich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Du kannst da motivieren und du findest die richtigen Worte, du findest die richtigen Fragen, um es dann zu tun. Und das ist so unheimlich wertvoll. Du bist der Mensch, den ich gebraucht habe, um es für mich so sichtbar zu machen und einfach zu sagen, ja, ich will das. Es steht mir verdammt zu, da raus zu gehen. Und wenn du noch überlegst, dem kann ich nur sagen, er ist verrückt, sich dieses Erlebnis mit dir entgehen zu lassen. Also es ist bei mir ganz viel innere Ruhe eingekehrt. Und das ist ein Gefühl, was ich, ich glaube, noch nie in meinem Leben hatte.